Begegnung Was doch heut Nacht ein Sturm gewesen, Bis der Morgen sich geregt, Wie hat der ungebetene Besen Kamin und Gassen ausgefegt. Da kommt ein Mädchen schon die Straßen, Das halb verschüchtert um sich sieht, Wie Rosen, die der Wind zerblasen, So unsteht ihr Gesichtchen glüht. Ein junger Bursch tritt ihr entgegen, Er will ihr voll Entzücken nahen, Wie schauen sich freudig und verlegen Die ungewohnten Schelme an. Er scheint zu fragen, Ob das Liebchen die Zöpfe schon zurecht gemacht, Die heute Nacht im offenen Stübchen Ein Sturm in Unordnung gebracht. Der Bursche träumt noch von den Küssen, Die ihm das süße Kind getauscht, Er steht von Anmut hingerissen, Derweil sie um die Ecke rauscht. Was wird denn überhaupt erzählt? Da beobachtet der Sprecher Ein Mädchen und einen Burschen, Also sehr jungen Mann, Die sich morgens auf der Straße begegnen. Die beiden schauen sich nur kurz an, Und dann ist das Mädchen wieder weg. Der Junge steht noch so ein bisschen da, Und fertig. Mehr passiert nicht. Aber der Beobachter, Er hat die beiden durchschaut, Er tappt. Die beiden haben heimlich Die vergangene Nacht miteinander verbracht. Und wie geht er mit dieser Erkenntnis um? Er lässt die beiden genüsslich In seinen Gedanken auffliegen, Aber nur, um es ihnen So richtig von Herzen zu gönnen, Was sie da miteinander erlebt haben. Was doch heut Nacht ein Sturm gewesen, Bis der Morgen sich geregt, Wie hat der ungebetene Besen Kamin und Gassen ausgefegt. Ob es wirklich diese Nacht gestürmt hatte, Oder nur diesen Sturm der Liebe gab, Spielt ab der zweiten Strophe Schon keine Rolle mehr. Da kommt ein Mädchen Schon die Straßen, Das halb verschüchtert um sich sieht. Halb verschüchtert, Was soll das heißen? Es ist wohl nicht ihre Art, Sich einschüchtern zu lassen, Aber diesen Morgen Hat sie einen Grund, Sich nichts anmerken zu lassen. Wie Rosen, die der Wind zerblasen, So umsteht ihr Gesichtchen glüht. Dieser Vergleich Läßt einen Film im Kopf entstehen, Und statt Wind, der Rosen zerbläst, Sehen wir wild im Gesichtchen Wühlende Hände und Lippen. Ein junger Bursch Tritt ihr entgegen Und kann auch nicht verbergen, Was das Mädchen Und die vergangenen Nacht Ihm bedeuten. Er will ihr voll Entzücken nahen. Er traut sich aber nicht, Denn es darf keiner wissen, Was gelaufen ist. Hilft nichts, Der Sprecher als schlauer Beobachter Hat es gemerkt. Wie schauen sich freudig und verlegen Die ungewohnten Schelme an. Daß das, was sie da machten, Als verboten gilt, Ist den beiden klar. Deswegen schauen sie sich Nicht nur freudig, Sondern auch verlegen an. Vor allem macht die böse Tat, Sie zu schelmen, Also nicht gerade zu Verbrechern, Aber zu solchen Personen, Die irgendetwas nicht ganz astreines, Was man ihnen aber auch Nicht allzu übel nimmt, Auf dem Kerbholz haben. Aber im normalen Leben Sind es Menschen, Die nie etwas Böses tun würden. Deswegen macht sie die vergangenen Nacht Auch zu ungewohnten Schelmen, Also zu Menschen, Die noch nie an sich das Gefühl erlebten, Etwas getan zu haben, Das andere nicht von ihnen wissen dürfen. Er scheint zu fragen, Wohlgemerkt scheint, Er fragt das nicht wirklich, Ob das Liebchen die Zöpfe Schon zurecht gemacht, Als ob er blind wäre, Er sieht doch, Daß sie wieder ordentliche Zöpfe hat, Die heute Nacht im offenen Stübchen Ein Sturm in Unordnung gebracht. Wozu war das Stübchen wohl offen? Und was soll das für ein Sturm sein, Der bis auf das Kopfkissen reicht Und dann noch Kraft genug hat, Haare durcheinander zu wirbeln? Dazu müßten ja schon Die Wände eingerissen sein. Wir schließen messerscharf, Daß es sich um einen stürmischen Burschen handelt, Der in dieser stürmischen Nacht In einem Sturm der Liebe In den Haaren der Geliebten wühlt. Der Bursche träumt noch von den Küssen, Die ihm das süße Kind getauscht. Jetzt wird das Geschehen Doch mal deutlicher beim Namen genannt. Er steht von Anmut hingerissen, Derweil sie um die Ecke rauscht. Mit so wenigen Worten Wird gleichzeitig Anmut, Aber auch Temperament des Mädchens Lebendig gemacht. Die beiden sind wahrhaft umeinander Und das, was sie erleben, zu beneiden. Ob es diese Nacht Aber auch einen echten Sturm gab, Muss jeder für sich entscheiden. Man sollte sich dann aber auffragen, Was sonst der ungebetene Besen Im Kamin gewesen sein soll. Und das war ja noch ein paar Und das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Vielen Dank. Vielen Dank.